Der Angeklagte Franz Murer wird beschuldigt, Verbrechen begangen zu haben. Nicht schuldig in allen Anklagepunkten. Mörder! Mörder! Der Herrgott kann euchs verstehen und euch verzeihen. Am Mörder ab. Wenn er in seinem weißen Fiake durchs Ghetto fuhr, da sagte man, da fährt der Tod. Alles Lüge! Franz Murer ist ein Idealist. Ich fordere die Todesstrafe für diesen Mann! Wir waren uns doch einig, dass wir aus diesem Fall kein politisches Kapital schlagen. Der Herrgott hat aber nicht kein 80 Thesen. Eug, fern eug. Hat aber nicht kein 80 Thesen.